Die Jendawis müssen sich starker Kritik ihrer Community stellen. Dieses Mal wird ihnen vorgeworfen, dass Nada seine Luisa unterdrückt. Ausschlaggebend für diese Behauptung ist der neueste Instagram-Post von Luisa. Wow, seit wann darfst du enge Kleidung tragen, ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen. Zudem werfen User dem Paar vor, dass Nada sich oberkörperfrei zeigt, Luisa hingegen immer bedeckt. Die junge Mutter hat nun genug von den Kommentaren unter ihren Posts und nimmt in ihrer Story Stellung. Stellt euch mal vor, jemand kommt auf der Straße zu euch und sagt euch etwas Verletzendes. Euer ganzer Tag wäre gelaufen. So ist es mit den Kommentaren. Die Menschen, die Hass verbreiten, wissen gar nicht, was sie damit anstellen. Doch gleichzeitig bedankt sich Luisa Jendawi bei ihren Fans, die sie in den Kommentaren verteidigen. Aber andersherum, wenn jemand euch auf der Straße verteidigt, rettet das dann wieder deinen Tag. Was ich euch damit sagen will, immer wenn ich eure liebevollen Kommentare sehe, baut mich das wieder auf. Ihr verteidigt mich, als würden wir uns alle persönlich kennen. Ich danke euch. Für diese schöne Eigenschaft sollen ihre Fans im Leben belohnt werden. Schön zu sehen, dass Luisa neben den negativen Kommentaren auch viel Zuspruch bekommt und sich auf ihre Fans verlassen kann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020